Willkommen in der Stadt des Norden. Mitten im Stadtzentrum, in absolut ruhiger Lage, empfängt sie das Steigenberger Esplanade Jena. Willkommen in der Stadt des Lichts. In einer absolut kreativen, jetzt zentralen Location, die Steigenberger Esplanade Jena erwartet Sie. Wir begrüßen Sie herzlichst im Steigenberger Esplanade mit dem traditionellen Charme eines Grand Hotels und dem exklusiven Komfort eines modernen Hauses. Sie werden sich verlieben. Welcome to the Steigenberger Esplanade and enjoy the traditional charm of a Grand Hotel coupled with the exclusive comfort of a modern establishment. You will fall in love. We'll be right back. Jena ist die Stadt im Grünen oder Stadt der Dichter, Denker und Forscher. Hier lebte einst Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Ernst Heckel, Karl Zeiss, Ernst Abbe, um nur einige zu nennen. Jena ist the green city, the city of poets, thinkers and scientists. Johann Wolfgang von Goethe once lived here, as did Friedrich Schiller, Ernst Heckel, Karl Zeiss and Ernst Abbe, to name but a few. Das kaffeefarbengebeichte Eichenholz verleiht den neuen Zimmern eine edle, zurückhaltende Eleganz. Die Wasser- bis taubenblauen Töne der Stoffe und Teppiche geben den Zimmern ein modernes, frisches Ambiente. Mocker-hued oak wood lends the new rooms a noble reserved elegance. The fabrics and carpets with a palette of hues from aqua to powder blue infuse the rooms with a modern cheerful atmosphere. Die großzügig geschnittenen Zimmer und die weitläufigen Suiten im gehobenen Ambiente laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein. The spacious rooms and rumbling suites with their sophisticated ambience invite you to relax and feel at home. Eine Atmosphäre, in der Sie sich auf Anhieb wohlfühlen werden, bietet Ihnen unsere Turmsuite auf ca. 99 Quadratmetern. Sie werden mit allen Sinnen genießen. Unsere Tower-Suite, auf einer expansellen 99 Quadratmetern, empfiehlt ihre Gäste, um den ganzen Moment, in denen sie kommen. Enjoy with all the senses. Für den aktiven körperlichen und mentalen Ausgleich empfehlen wir unseren Fitnessbereich. Hier bietet eine Sauna sowie eine Infrarotkabine Entspannung für Körper und Geist. Für Tagungen und außergewöhnliche Events bietet das Haus attraktive Räume und Einrichtungen. Sechs vollklimatisierte Salons mit Tageslicht und modernster Technik stehen Ihnen zur Verfügung. Vom Salon Brentano für Meetings im kleineren Kreis bis hin zum Saal Friedrich Schiller für Tagungen bis 270 Personen. Für einen Empfang, einen Kongress, ein besonderes Diner oder ein Fest ist das Steigenberger Esplanade hervorragend. Das Steigenberger Esplanade ist excellently suited für Receptions, Conferences, Special Dinners und Festivities of all kinds. Genießen Sie in unserem Restaurant Cardamom das Beste aus zwei Kulturkreisen. Orient und Okzident treffen in unserer kreativen, europäischen Küche aufeinander und zaubern wunderbare und zugleich ungewöhnliche Geschmackserlebnisse. Savor die Beste aus zwei Kulturen in Cardamom, unserem Hotel-Restaurant. Orient und Okzident treffen Sie hier in unserer kreativen, eurasischen Kuisine, die kreativen Erfahrungen so leckerlich sind, wie sie ungewöhnlich sind. In der Moonlight Bar trinken Sie in entspannter Atmosphäre ein Glas Champagner oder einem internationalen Cocktail und genießen den Augenblick. In der Moonlight Bar, Sie können Sie ein Glas Champagner oder einen internationalen Cocktail in einer relaxenden Atmosphäre und genießen die Moment. Die Kultur des Zigarrenrauchens neu erleben. Eine große Auswahl an Zigarren steht im Humidor in unserer Davidoff Lounge zu ihrer Auswahl. Experience the art of cigar smoking anew. The Humidor in our Davidoff Lounge has a wide selection of cigars to choose from. Das Steigenberger Esplanade Hotel Jena verbindet Service, Gastfreundschaft und Lifestyle in einer weltoffenen und erholsamen Stadt zu einem luxuriösen und außergewöhnlichen Hotelerlebnis. The Steigenberger Esplanade Hotel Jena combines Service, Hospitality and Lifestyle in an easy-going, cosmopolitan city, making for a luxurious and unusual hotel experience. Das Steigenberger Esplanade Hotel Jena